Ihr habt es mitgekriegt, der Junge wurde in den letzten Tagen so oft geswattet, so oft von der Polizei auseinandergenommen, dass sogar wir schon Mitleid mit ihm gekriegt haben. Und der letzte Einsatz war ja jenseits von Gut und Böse. Er sagt selber, es wurde behauptet, dass in seinem Namen ein Terroranschlag geplant wurde. Dementsprechend hat man ihn gepackt und aufs Übel zusammengeschlagen, drei Rippen gebrochen, also das volle Paket. Er wurde festgenommen. Ich weiß es gar nicht, war das in der Slowakei, Slowenien, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall in einem dieser Länder und ich will das heutige Video mit diesem Clip beginnen. Mann, das wird nice. Mann, macht bitte weiter. Kann jemand Interpol wieder anrufen, bitte? Es gab noch keine Verhaftung heute. Was soll nach Antiterroreinheit kommen? Vielleicht KGB noch? Das schreibe ich auch noch. Ruft, wenn ihr wollt, noch NATO und das alles macht dann so viele Klicks, Bro, ich bin durch. Ihr macht genau, was ich will. Macht, macht, Bro, komm, 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 Bruder. Denkst du, es ist langsam lächerlich, Bro? Ein Mann ohne Manager, ohne Anwalt, ohne dies, das, knallt gerade die Industrie alleine. Denkst du, es ist nicht lächerlich für euch? Natürlich ist es lächerlich für euch. Es ist jetzt ein Film, wo Russland sich denkt, Digga, der Typ ist krass. Sollen vielleicht VIP nach Russland fliegen und er soll von hier vielleicht alle wegbauen aus Europa? So weit ist es schon, Bro. Und das ist geil. Eines Tages habe ich verstanden, diese Industrie will deine Kinder vergiften. Die wollen, dass deine Kinder das, was sie konsumieren, nur sie sind. Ihre Musik, ihre Videos, ihre Bilder, ihre Kurzfilme, alles von ihnen. Damit die Meinung von ihnen gebildet wird bei deinem Sohn, nicht von dir. Warum nicht Windows XP? Das war krasser. 3D-Spieler, Half-Life 1 und so, war geil. Warum entscheiden die das? Ich schneide meine Nägel, aber ich rauche zu viel Haschisch, deswegen ist alles okay. Und das Ding ist dann, wenn jemand kommt und dann eine andere Meinung hat als sie und er gehört nicht ihnen. Und wenn die Meinung dann nicht ihnen gehört, die gerade rauskommt im Internet, tut das sehr weh. Und das ist ein Problem dann. Zum Beispiel, wenn ihnen 200.000 Kinder zuhören, heißt das, dass sie 200.000 USB-Sticks formatieren können, wie sie wollen und sie können ihren Plan durchziehen. Wenn davon jetzt 100.000 weggehen, ist das sehr gefährlich. Und genau mit so einer überheblichen Art hat Drachenlord es damals geschafft, so eine stramme Hater-Basis aufzubauen. Ich meine, Mois ist auf dem besten Weg dahin, wenn er nicht jetzt schon in den letzten paar Tagen mehr durchmachen musste. Also verhältnismäßig gesehen, wie ein Drachenlord. Wobei, die Dauer ist da noch der kleine, feine Unterschied. Stellt euch mal vor, das würde bei ihm so weitergehen in den nächsten Monaten und Jahren. Ob er dann unter seinem massiven Drogenkonsum und in dem Psychosen, in dem er sich manchmal befindet, immer noch klarkommen würde darauf. Und so große Töne spuckt, ich weiß es nicht. Aber kommen wir mal zu diesem letzten Überfall, wo er angeblichen Terroranschlag geplant hatte. Hören wir uns mal an, was er dazu zu sagen hat. Einspruch, euer Ehren, ich bin unschuldig. Okay, wo sind meine Papiere? Siehst du, wie krass das ist, ich hatte noch nie Papiere. Und jetzt nur, weil Antiterrororganisationen nicht Interpol weit ganz überall Idracht sucht, haben sie meinen Hut kaputt gemacht, Mann. Was hat euch meinen Hut getan? Aber der hat irgendwie trotzdem noch prügt, Mann. Wir holen die Papiere. Zum ersten Mal im Leben habe ich auch Papiere. Und ich meine, damit nicht diese Papiere, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, die haben alle meine Karten gestern genommen, Paypal genommen. Das heißt, ich verdiene zwar hier Geld, aber ich muss irgendwie einen neuen Paypal machen, ohne einen Pass. Ich muss jemanden umstechen und seinen Paypal nehmen, der schon verifiziert ist. Und dann wundert er sich und redet von Industrie, von Rappern, von irgendwelchen Leuten, die ihm nichts gönnen. Schiebt es also denen in die Schuhe, dass er von der Polizei heimgesucht wird. Aber tätig, im gleichen Atemzug, solche Aussagen. Ein uns schimmernden Abstechen, sein Paypal zu nehmen. Wo sind wir angelangt? Das auch ist kein Problem, meine Freunde. Und dann habe ich mir gestern gedacht, irgendwie muss man ja überleben. Was machen wir jetzt? Bitcoins. Da habe ich in sieben Sekunden Interim und Bitcoin und das da so in Telegram gedript. So, Bruder. Alles gut, wir hatten wieder Cash. Aber dafür haben wir jetzt Papiere. Was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen, dass in Bratislava, nachdem du ein 400-Euro-Stay gegessen hast, okay, 100. Zwei Schritte gegangen bis zu deinem Hotel, dass 400 Polizisten da waren. Wie geht das? Fernseher-Team, alle möglichen Leute waren schon da mit so einer Kamera. Das heißt, es war lange geplant. Und warum wissen die alle nicht, dass ich Andrew Tates Vater bin? Aber jetzt haben wir dieses Papier gebraucht. Das ist krass. Das ist krasser Drip, Mann. Weil ich habe nie verstanden, was geht hier ab, Mann? Was ist hier los? Was passiert hier? Also, auf diesem Brief steht eine E-Mail, die geschrieben wurde. Von selamkhan.arsanov at firemail.eu. Seht ihr das hier? Genau. Diese E-Mail. Die wurde geschickt am 17.08. um 17.45 Uhr. Erinnert euch noch. 17.45 Uhr waren wir in einem Café und haben gestreamt. Das ist aus einer Mall. Und hier wurde auch schon geleakt, dass wir in dieser Mall sind. Das heißt, Arbeitslose mit 36% Körperfett befettete, hässliche Ausgeburten der Hölle, die mutiert sind, zu noch hässlicheren Ausgeburten der Zusammenkunft der Hölle und des Untergrunds, den du dir selber vorstellst. Das heißt, es ist noch hässlicher, als wir es uns vorstellen können. Weil wir wissen nicht genau, wie es ist, Schore zu ziehen. Aber seine Mutter schon. Und dann von ihr Babybrei zu kriegen und zu denken, das ist voll eine süße Mutter, die mir Babybrei gibt, ist ein anderes Gefühl an. Und deswegen, so einer hat natürlich nichts zu tun, Mann. Und sie ist 24-7 zu Hause. Der hat sich so eine E-Mail erstellt und hat sich gedacht, gut, ich werde jetzt bluffen, dass ich Zeus bin. Mann, warum wollt ihr alle ich werden, Mann? Mann, schickt mir Löwen in Gandon für diesen psychischen Stress. Sofort, Mann. Mann, auf jeden Fall. Hat er sich als ich ausgegift. Und die slowenische Polizei weiß ja nicht, okay, wer ist das? Zeus, Mois? Weiß ja nicht, Bruder. Das ist für ihn irgendein, irgendein Herr, Bruder, der... Aber ich bin mir sicher, wenn du den nach Andrew Tate fragst, werden die wissen, wer das ist. Eine E-Mail schreibt. Okay, danke schön für den Zug. In Arschloch rein von Ginozzi. Und hier drinnen, ich lese es euch jetzt vor, ist ein Bericht, den die Botschaft an die Polizei schreibt und sagt, Digga, hier geht was ganz Schlimmes ab. Versteht ihr euch, Mann? Weil die E-Mail wurde geschrieben an cons.viena.mcv.sk. Das heißt, Konsulat in Wien von Slowakei. Und ich habe ja österreichische Papiere. Also haben die sich bewusst gedacht, okay, damit er auch seinen Aufenthalt noch absolut verliert, er hat ja keine Papiere, aber damit sein Aufenthalt auch komplett verloren geht, lasst uns die E-Mail irgendwie so mit Österreich verbinden und Slowakei, damit so ein Konflikt entsteht, dass ein Flüchtling einen Terroranschlag in Slowakei plant. Das ist die E-Mail. Und der, der die E-Mail schreibt, bin quasi in Augen dieser Regierungsleute, weil da ja mein bürgerlicher Name steht, quasi. Ich denke, es ist irgendein Random, der jetzt psychisch am Rad dreht und deswegen jetzt Leute in der Stadt umlegen will. Das steht nämlich in der E-Mail gleich. So, Freunde, ist es live? Ja, die wollen dich killen. Pass auf. Ich weiß, Heiko. No Budget, schreibt Mann. Mann, 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 wie willst du töten jemanden, der schon tot ist, Mann? Also das ist wirklich schon Endlevel-Shit, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Es ist krank. Etwas Vergleichbares habe ich in den neuen Jahren, wo ich jetzt YouTube mache, noch nicht erlebt. Wie will man sterben, wenn man tot ist? Was laberst du? Okay, ich lese euch jetzt die E-Mail vor. Ihr macht die 200.000 Likes voll, bitte. Jungs, hört auf, so laut zu sein. Ich kann mich nicht konzentrieren beim Reden oder macht die Tür zu, Mann. Auf jeden Fall kommt die E-Mail jetzt. Dobriden, guten Tag. Also, ich heiße Selimhan Asanoff und habe eine scharfe Gun. Wow, Digga. I'm a lyrical, miracle, spiritual individual, cause I hate Hip-Hop and the government's corrupt. Yeah, what is happening, Mann? Yeah, I'm carrying a psychopathic gun. Yeah, just a-na-na-na believe in me. Ah, now bleib bleib mit me. But now they wanna kill you. Damn, they wanna steal you. No, man. No, stop, man. Auf jeden Fall heißt Selimhan Asanoff und habe eine scharfe Gun dabei. Schreibe ich so an die Republik, dies, das, alle. Alle möglichen Leute schreiben so an random air, Jungs. Die haben eine, wuuuuh, dabei und ich werde gleich eure Mutter drücken. So, ähm, zu China-Stil bewahnt bitte. Also so, damit du just in case Bescheid weißt, sage ich das euch. Adresse butuja pribinova 30, wo sind du halt in Bratislava. Pribinova war da, wo quasi ich mein Airbnb habe. Also, da lebe ich quasi, ich steige eine scharfe Gun dabei. Und wenn was ist, ich lebe da. Das ist der erste Satz, der in der Ebene steht. Ich werde anfangen, auf jeden und jeden quasi zu schießen. So miesig. Steht hier drin in dieser Ebene. Also, dann werde ich bis zum Zentrum gehen von dieser Adresse und dort einen blutigen Pfad hinterlassen. Steht hier drin. Okay? Toto, äh, Toto budi pasledna skrava. Das ist so das Letzte, was ich tue. Ktoru kede paschlom. So, was ich hier in dieser Welt hier so rausschicken mag, mäßig so. Vor allem muss das ja jemand geschrieben haben, der selber von dort kommt, dass er das überhaupt so schreiben konnte. Oder der hat auf Englisch geschrieben und die haben das quasi übersetzt. Oder, oh, wei, das ist ja Englisch auf Russisch, ne? Sonst würde er das ja gar nicht verstehen können. Ich weiß gar nicht, welche Sprache das ist. Das hört sich aber für mich sehr stark nach Russisch an. Ansonsten, wie sonst hätte er das übersetzen können? Das heißt, er schickt das quasi auf seiner Muttersprache dahin, nach Österreich. Kündigt einen Attentat in Slowenien, Slowakei, wo auch immer. der sich da befunden hat. An? Oder hat er es denen direkt geschickt? Weiß ich nicht. Das ist krass. Da muss sich ja jemand wirklich Mühe gegeben haben und auch der Sprache mächtig sein. Das ist so die E-Mail, die an die slowakische Regierung geschickt wurde, unter meinem Namen, dass ich einen Terroranschlag plane. Mit meiner Adresse, Uhrzeit, wann ich das tun werde. Versteht ihr? Das ist der Scheiß der Polizei. Und deswegen, nachdem ich diesen Steak quasi gegessen habe, müsst ihr euch vorstellen, gab es einen ganzen Spezialeinsatz der Antiterrororganisation, weil sie dachten, ich bin schwer bewaffnet. Ja, es ist real, Bro. Weil sie dachten, dass ich schwer bewaffnet quasi da jetzt gleich Leute umliegen werde. Auf jeden Fall, Bruder, da kamen Leute voll maskiert, zwei Meter groß und natürlich so bis zum Tod bewaffnet. Und dann wurde ich erst mal so zwei Stunden lang so kaputtgeschlagen. Und du kannst denen auch nicht erklären, Bro, ich bin der, ich bin das. Du kannst auch gar nicht reden. So ist es, der Hasse ist durch, Bro. Und das war dann so mitten in der Innenstadt in Slowakei. Da waren sehr viele Kameraleute. Sorry, sorry, no, no, I'm a musician from Germany, I'm famous, sorry. Nein, das war aber nicht dieser Vorfall, denn nach diesem Vorfall hat er sich ja hingesetzt, dieses 100 Euro Steak gegessen, da haben wir auch noch drauf reagiert. Falls ihr ganz genau sehen wollt, was da passiert ist, schaut einfach das Video von mir dazu an. Also müsst ihr drei Videos, glaube ich, zurückgehen. Wenn ihr das hier seht, drei zurück, dann seid ihr beim Richtigen. Das war vorgestern, seitdem hatte ich nicht geschlafen bis gestern. Mein Laptop wurde konfistiert, weil eben jetzt geprüft werden muss, ob die E-Mail wirklich nicht von meinem Laptop ist. Mein Handy wurde konfistiert, weil eben wirklich wieder angeblich sicher gegangen werden muss, ob das nicht wirklich meine E-Mail ist. Weil Slowakei kennt halt kein Zeus. Und die haben einen Schock. Und ja. Und auf diesem Handy und Laptop war halt scheiß mal auf den Wert dieses Handys und Laptops. Aber da drauf war halt alles, womit ich arbeite. Wie ich schneide, wie ich Karten habe, Verifizierungs-Apps und alles. Also wirklich alles, was ich je hatte, war da drauf. Und genau. Da war halt so sehr lange Schlägerei am Boden irgendwie. Ich war circa, ich glaube, drei, vier Stunden lang auf dem Boden. War schon sehr hart, bro. Alter, es war sehr, sehr hart. Unterkörper, alles ist gedrippt. Hier auch, Alter. Gesicht wurde so 13 Stunden lang so auf, ja auch komplett blau, auf Drip. Aber wurde sexuell trotzdem noch. Hier war auch genau so auf dem. Wow, mein Hut, man. Mein Hut, man. Mein Kiefer ist auch komplett weggedrippt, so hier überall so. Und allgemein so, ah, Rippen, Rippen war das Schlimmste. Rippen war das Schlimmste. Seht ihr die zwei? Die ist auch, das, das da, genau das. Das sticht halt komplett raus. Das ist hier nicht eigentlich. Ich habe hier so normal solche Rippen, siehst du so, diese, die. Und hier sticht jetzt die letzte Rippe komplett raus. Ich habe einfach nichts gesehen. Irgend so ein dummer Gandon schreibt, halb tatsächlich Karma. Was hat das mit Karma zu tun, Bro? Du weißt nichts. Absolut nichts. Dieser ganze Theater war einfach nur deswegen, dass ich nicht live gehen soll. Die Industrie ist gerade tot, Bro. Das bin nicht ich, Hadid Andalak. Ich habe noch nie was Schlimmes mit Casino. Was heißt Casino? Was Schlimmes mit Polizei zu tun, ja. Aber mein Casino-Deal zahlt uns zu viel Geld. Und deswegen wollte man nicht, dass ich live gehe irgendwie. Oder sage, was ich sage, wenn ich eine Lule lauche. Und das hat nichts mit mir zu tun, Bro. Dann, als ich in diesem Polizeirevier war, habe ich mich sehr aufgeregt. Und jeden Polizisten versucht, alles zu erklären. Und dann wurden die Akten aufgewühlt. Und wir haben jeden Einsatz, wo mir so etwas angetan wurde, jetzt ausgedruckt. Und es gibt halt vier Einsätze in vier Tagen. Zweimal wurde erzählt, dass ich meine Ex umgebracht habe. Und jetzt mit der Waffe in die Innenstadt spaziere. Auch an die Regierung, genauso in dieser Sprache, so, damit die es verstehen. Doch, es ist real, Mann. Ja, Nummer fünf. Antwortest du auf den? Ich muss kurz was erklären, Mann, bevor du mich wieder töten wolltest. Auf jeden Fall sind das alles die Einsätze der letzten Tage. Und in zwei Einsätzen, in Deutschland und Österreich, wurde gesagt, Ich habe so, von meiner Perspektive wieder so, dass ich meine Ex umgebracht habe und jetzt ins Stream sitze und dies da und jetzt noch eine Ex umdrippen will. Das schritt Allahu Akbar, das ist das, was ich tue. So, so in diesem Drip sagen die das immer so. Darum kriegen Polizisten Schaukung kommen. Die von Slowenien und Slowakei aber, da hat das nicht mehr gereicht. In Italien haben die gemerkt mit dieser Ex und Filme, weil ich selber der Polizei Bescheid sage und erkläre, dass mich da jemand versucht zu swatten, der einen viel zu kleinen Penis hat, weil ich Sixthack habe. Und deshalb waren die mit mir connected und haben immer so das gestoppt. Deswegen war in Italien okay, irgendwann. Und Slowenien musste sich so ein Gondon was Neues einfallen lassen. So ein Cartman musste sich denken, okay, wie kann ich mich auf eine Flasche noch härter setzen? Und dann hat er sich gedacht, okay, Terroranschlag, weil aufgrund von Vermutungen darf man bei so Schlimmen wie Terroranschlag nicht wegschauen und man muss, egal was ist, da drauf gehen. So, und wenn er in einem Land ist, wo man Zeus gar nicht kennt, wird das nicht gut durchgehen. Das hat der Gondon jetzt in zwei Fällen versucht und das war mit, ja, okay, ich werde jetzt in der Stadt um mich schließen und Allahu Akbar schreien. Und das ist ganz schlimm und das ist, weil ich gegen Yahlulis bin, weil ich gegen, jetzt nicht Yahuwis, aber Zionistenmann. Und es gibt so deutsche, komische Menschen, die das wirklich feiern, was die da tun. Und wenn man dagegen ist, dann ist so, er ist behindert, er ist Terrorist, oder Antiterroreinheit konnte mich gestern davon nicht halten, 6.000 Euro im Casino zu verspillen, Gondon. Ich bin extra rumgefahren und habe mein Streaming-Setup jetzt gefunden. Nachdem ich in Habs war, zusammengeschlagen wurde, alles mögliche, Mann, bin ich trotzdem hier. Mann, ich werde jetzt Casino streamen, verstehst du das, Mann? Und 10.000 neue Euros werden wieder drauf kommen. Mann, es tut mir leid, Mann. Mann, jede Sekunde meines Lebens soll 5 Euro kosten. Warum verstehst du das nicht? Wie kann man mich einsperren? Ich zahle selber für mein Leben 5 Euro pro Sekunde, Jungs. 5 Euro pro Sekunde. Minimum 6 Stunden lang, die ich am Tag lebe auf Kick.com. Julius Zeus. Dankeschön, Anna. Mir geht's gut, wenn Umstände entsprechen. Wenn du mir 3 Löwen schickst, geht's mir besser. Auf jeden Fall. Passt du auch auf dich auf, Bruder. Aber beten zu irgendeiner Ethnity wird dich jetzt nicht retten. Es tut mir leid. Jetzt rettet dich niemand, Bro. Jetzt geht nur, wenn du in Ultrainstinkl gehst. Und alles ausnutzt. Jetzt alles ausnutzen, Mann. Jetzt musst du aus jeder Scheiße Gold machen, Mann. Wenn das schon so ist, Mann. Dann ist der Film eben echt, okay. One shot. Nein, Mann. Nein, beruhig dich ein bisschen. Es wird alles gut, Bro. Es wird alles gut, Jungs, wirklich. Die haben alle meine Karten gesperrt. Alles ist weg, Bro. Aber es ist alles gut. Für heute werde nur überleben. Und Friseur ist auch gleich da. Friseur ist gleich da. Unser Setup steht schon. Hier, Kamera wartet auf euch. Auf Konto sind Minimum 7 Karten, die wir wegschmeißen können. Und drehen, wie lange wir wollen. 100 Mal. Marco, ich liebe sie. Michelle, ich liebe sie. Julie. Aber ich brauche ein iPhone, Mann. Ich brauche ein iPhone. Das Handy ist zu langsam. Es ist ein Motorola Moto G. 80 Euro. Ab wann kommt Casino? Wir sliden in Kick so ab 21 Uhr schon rein, würde ich sagen. Ich will noch ein bisschen. Oh, es ist schon 20, okay. 21, 30. Ich will noch ein bisschen trainieren. Ich will ein bisschen trainieren noch. Liegestütze und so. Aber mein Rippen tun sehr weh. Aber trainieren muss ich. iPhone 14 gebe ich dir. Was schreibt der Bruder hier? iPhone 14 für 400. Nein, Bruder. Ich kaufe von dir gar nichts. Bruderherz. Ich werde euch alles wegnehmen jetzt. Ich bin ein Nutten, wenn ich nicht alles wegnehme, Bruder. Denkst du, ich kaufe jetzt eine Sache, Gantan? Bala, hadetan. Es kann sein, dass ich morgen nicht mehr da bin, Mann. Und das ist perfekt so. Dann lebe ich jeden Tag von mir zur Maximalität. Hadetan, Bruder. Denkst du, ich werde jetzt irgendwas 400 Euro. Hadetan. Ich werde heute so viel machen, wie Menschen in ihrem Leben machen. Wenn man das hier versucht zu machen und denkt, ich knicke psychisch ein, weil ich vielleicht überhaupt eine Psyche besitze, dann weißt du nicht, wer dich aus seinem Sack gedrippt hat, du kleiner Gantan. Ich liebe sowas. Hadetan, Dalak. Weißt du warum? Dann muss ich die Scheiße, die ich erzähle, nicht so erzählen und mich schlecht fühlen, als würde ich sie spielen, obwohl sie echt ist. Hadetan, Dalak. Und jetzt siehst du, kleiner Pederas, wie echt alles ist. Vor allem müsst ihr euch überlegen, derjenige, der das gemacht hat, hat ja irgendeine Intention, die dahinter steckt. Er muss ja mies entweder enttäuscht sein oder sauer oder keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nur aus Jux und Dollerei passiert, um Spaß zu haben. Es ist schon zu heftig, was da abgeht. Ja ne, die Polizisten hätten mit Sicherheit irgendwo anders besser gebraucht werden können. Und auch die ganze Aufruhr, die dadurch entsteht, durch so einen Einsatz und hast du nicht gesehen, ist schon sehr, sehr ekelhaft. Das heißt, es muss irgendjemand sein, der einen Groll gegen ihn hegt. Er sitzt da, schaut sich dieses Video von Zeus an. Vielleicht schaut er sich sogar unsere Reaktion auf Zeus an, um dem Zeus oder seinen Schattendoppelgängern keinen Klick zu gönnen und denkt sich, boah, das war's wert. Guck mal, wie er sich aufregt. Guck mal, wie er darüber redet. Aber, falls du das Video hier sehen solltest, derjenige, der das gemacht hat, bedenke, du schadest damit nicht nur einem Mäus. Und ja, kann sein, dass er dir finanziell vielleicht geschadet hat oder auf irgendeiner anderen Ebene. Hier nochmal, ich gehe sehr stark davon aus, dass es jemand ist aus Zeus' Leben, dem der Zeus extremst geschadet hat, aber mit dieser Aktion machst du eigentlich nichts Gutes. Und ich zeig dir jetzt immer mehr, aber ich werde vor dir nicht wie ein Pidarras hier von dir 400 Euro ein iPhone kaufen oder je wieder so tun, als wäre hier irgendwer was. Verstehst du, Bro? Ihr seid alles Pidarras, der eine Meinung dazu hat, wie ich mich verhalten habe bei dem zum Beispiel. Wieso hast du aber so und so? Du wärst bei sowas gestorben, Bro. Verstehst du das? Ziehst du ein Handy und sie wissen, Leute, sie wissen nur, dass du Menschen umlegen willst. Ich habe ein schwarzes Handy in meiner Hand und es ist so umgedreht. Und das sieht für die aus, bei Gott. Ich habe ein schwarzes Handy umgedreht, es ist so in meiner Hand. Ich sage so auf den. Oder die dachten, einer kann denken, das ist eine Knarre. Und er denkt, okay, gut, Terror ist das. Was dann? Was dann, Bro? Das ist dann das, was die hoffen, weißt du? Und die das auslösen. Oder hoffen, dass du psychisch irgendwie so down gehst und dann aufhörst damit. Womit? Was dir weh tut. Was tut dir weh? Das? Warum? Wegen das? Oder wegen das? Oder wegen das? Oder allgemein wegen, dass du hier drin bist, aber eher draußen? Was genau tut dir weh? Weißt du das selber? Und je mehr du ab jetzt weitergehst, desto mehr gehörst du mir. Wie ein Pederast. Für immer und ewig. Bis zu Ende deiner Zeit. Und ich mache auch so eine Scheiße wie dich, Gold. Okay? Das ist das Ding. Und jetzt muss das sein. Jetzt wird jeder von euch gemolken, Bruder. Bis zum Ende. Ich schwöre bei Gott. Ich melke jeden Pederast von euch, Bro. Ich nehme euch so. Bro. Was? Irgendwas. Mann. Mann. Küss dein Herz, Mann. Ich ziehe meinen kaputten Hut von Antiterrororganisationen vor ihnen. Absoluter Löwe, Mann. 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 Darum hast du mich, du Pederast. Verstehst du, Mann? Ich habe nicht mal ein T-Shirt, Mann. Ob ein Löwen. Und das meinte ich, Bro. Warum soll ich mir dein Handy um 400 kaufen, wenn ich 1 um 1000 holen muss? Nicht, weil ich 1 um 1000 brauche, Bro. Aber die Scheiße, die gerade abgeht, ist nicht mehr klein zu reden, dass sie irgendwie komisch ist. Dann später in diesem Polizeiresidium. Okay? Nach 7 Stunden, als dann schon alles klar wurde, dass ich eigentlich das Opfer bin und so. Meinte, wa alaikum salam, mariali, memo, malayti, masahi. Auf jeden Fall meinte die Inspektorin, dass es sehr komisch ist, dass so etwas nicht geprüft wurde im Vorhinein und dass es so sofort durchkam. Und dass da auf jeden Fall Hebeln gezogen wurden. Bro, da ist kompletter Wirrwarr, den er da gerade redet. Wenn jemand so eine E-Mail schreibt, wird das zu 100%, wie er selbst vorhin gesagt hat, ernst genommen und dem wird nachgegangen. Wie sollen die das denn überprüfen? Der hat keinen festen Wohnsitz. Er hat keine Nummer, wo man ihn erreichen kann. Vor allem da vor Ort nicht. Hat der doch selbst alles erklärt am Anfang. Und jetzt auf einmal fanden die es komisch, dass da nachgegangen wurde. Jetzt will er daraus eine Illuminatenverschwörung machen. Ah ja. Und die hatten selber dann so voll Schiss und Angst, weil die haben ja mir etwas angetan und ich hab... Boah, wo das geht? Jungs, Alter. Man, salutiert vor diesem Mann. Ich hab kaputter Rippen, ich kann nicht. Salutiert vor diesem Mann. Wir werden nach dieser Geschichte auch sehr lang auf Kick sein und das debattieren und währenddem 6.000 Euro verbrennen. Die am Anfang gar nicht echt sind, aber weil ich auch Casinos, deren Müttert rippe, mach ich aus unechtem Geld echtes Geld und dafür hassen mich Leute. Aber ich hol dieses Geld raus und gebe euch davon 33%, die ihr nie rausgeholt hättet. Aber nur mit euch holen wir die raus. Und jetzt mit der Scheiße, die wir labern, den Money Glitch, den wir haben und den, wenn man uns in Ruhe lässt für 4 Tage. Zerfickung der Welt, stirbt jeder. Bro, was geht hier ab, Mann. Mann, was geht hier ab? Was haben wir hier gemacht, Alter, Jungs? 87.000 Diamante haben wir gemacht in diesem Stream, oder wie? Bruder, küss eure Seelen. Mann, auf jeden Fall. Auf Kick heiße ich Julius Zeus. Zeus aber normal geschrieben. Die Polizisten sind dann draufgekommen, irgendwie so. Also die meinte auf jeden Fall, dass das nicht so einfach durchgehen würde. Mann, so. Man kann sich auf keine Geschichte konzentrieren. Ihr Ball hat mich zu sehr voll mit Diamonds. Shambride like a diamond. So beautiful like diamonds in the sky. Und jetzt ist man in the mirror. Seht gerne meine Nummer. Ich finde man in the mirror. Und jetzt ist Feuerwerk. Feuerwerk haben wir keins machen. Man könnte zu folgendes. Shandali. Da habe ich keinen Bauch. Mann, Durchbruch, Abi. Abi, Jim, du hast schon die ganze Welt von Seite, Mann. Mann, tschüss eure Herzen. Macht weiter, Mann. Also die Leute meinten, dass es sehr creepy ist, dass dieser Einsatz ausgelöst werden konnte von sowas und dass es von so hoch kam und so. Also die hatten richtig... Und dann, als sie gemerkt haben, euer Bruder ist Michael Jackson und könnte draus so ein Drama machen jetzt. TikToksportlich. Dann, dann, dann. Dann machen wir alles plötzlich nett, ne? Ne? Und die Idioten denkt, dass ihr mich irgendwie gedrippt habt. Okay? Moment. Bruder, ich glaube, das ist einfach der mit Abstand wirs das Stream, den ich mir je von ihm reingezogen habe. Ich komme da selber nicht mehr ganz so mit. Was ich mich aber frage, ist, dieser Typ, der das hier gemacht hat oder der auch die anderen Anrufe getätigt hat, vielleicht ist es auch unabhängig voneinander entstanden, von verschiedenen Parteien. Ich weiß es nicht. Aber, der das gemacht hat... Sag mal, schämst du dich nicht? Guck dir diesen Menschen mal an. Der ist am Ende. Bruder, der weiß selbst nicht mehr, was Sache ist. Er ist am Ende. Die Drogen etc. haben schon ihren Teil dazu beigetragen. Und dann kommen noch diese ganzen Übergriffe, und er ist so krass am Ende, dass er sogar denkt, diese Aktionen gegen ihn würden ihm helfen. Und ja, in gewisser Art und Weise helfen die ihm auch, reichweitentechnisch gesehen, aber seiner Psyche schaden die maximal. Bei ihm kannst du richtig merken, auch anhand seiner Hände und seiner Fingernägel, überall so schwarz dazwischen, überall Müll. Er sieht immer mehr aus wie ein Penner, in Anführungsstrichen, aber hoffen wir es nicht für ihn, aber wie ein Penner, der am Straßenrand lebt und die Auswirkungen des zu hohen Alkoholkonsums und Drogenkonsums sich langsam bei ihm bemerkbar machen. Wir werden hier gerade einfach zeugen davon, wie aus einem Mensch, der alles hat, jemand wird, der am Ende nichts mehr haben wird, trotzdem in dem Glauben gelassen wird, er hätte noch ohne Ende viel. Mann, Debattenraum, Junge, was machst du, Mann? Schick mir sofort ein Produkt, Mann, wofür ich Werbung machen kann oder was auch immer, Mann. Was tust du, Bruder? Das ist nicht der Echte. Ich mach Spaß, Mann, ich bin der Echte, Bro. Debattenraum, Mann, ich liebe dich, Arby Jim, Junge, ich muss jetzt drauf klarkommen. Debattenraum hat jedes Problem gelöst in fünf Sekunden, wie ihr seht, weil ihr ehrlich eure Geschichte gesagt habt und eigentlich nicht da wart, damit ihr von Debattenraum gerettet werdet, aber ihr wart eigentlich da, um das zu erzählen, weil ihr vielleicht morgen umgebracht werdet. Also, wenn ihr es genau wissen wollt, Mann, ich küsse deine Seele, mein Baller. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Dankeschön, Bro. Vielen, vielen Dank, Bruder. Dankeschön, Mann. Ich küsse deine Seele, Bro, Alter. Vielen, vielen Dank. Also, Leute, ich erzähle das nicht, weil ich hier was erwartet hatte, sondern weil ich einfach das... Also, ich... Ich konnte mich nur retten, weil ich im Internet das alles zeigen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe jetzt keinen Dings-Laptop hier, womit ich das euch zeigen kann. Debattenraum, hör auf, Bruder! Du hast schon alles getan, Bro! Du bist fertig mit dieser Welt, Bro! 160.000 Diamante! Du hast mich aus Habschung geholt, Bro! Beruhig dich jetzt! Mann! Mann, ich fühle mich jetzt wie ein Hurensohn wegen ihm, Mann. Ich mag das nicht, wenn einer so viel Blut muss, Mann, nur weil er etwas zu sehr fühlt wie ich. Hör auf jetzt damit, Junge! Junge, hör auf jetzt damit! Debattenraum! Stopp! Stopp, Mann! Mann, hör auf, Bro! Bro, hör auf, Mann! Ich glaube, ich muss irgendein Debattenraum aufrein gehen. Hör auf, Bro! Abidjim, hör auf, Mann! Ich liebe dich, hör auf! So, er hat aufgehört. Dankeschön, Bruder! Dankeschön von ganzem Herzen, Wallah! Boah, Bruder, was für ein Baller, Wallah! Küss deine Seele, Bro! Vielen, vielen Dank! Wer ist das jetzt, Mann? Hör auf! Wer ist das jetzt? Der Nächste! Der Durchschnitt heißt... Ah, das ist eine Sie jetzt! Oh! Du darfst gern weiter! Auf jeden Fall wollte ich das alles erzählen, weil es gut ist, dass es das gibt. Weil das das Einzige war, was mich gerettet hat. Ich rauskommen konnte und dann damit wieder Geld machen konnte. Und jetzt auf eine viel ehrlichere und charmantere und... Boah, scheiße, der Typ ist wirklich krass. Mäßige Scheiße. Und nicht, weil ich Geld verdienen will, aber ich kann nur so überlegen. Die finden das, was ich rede, gefährlich. Nicht mein Geld. Geld ist Nebensache. Die finden, was ich bin, gefährlich. Da müsst ihr mir echt mal auf die Sprünge helfen. Wir haben uns gefühlt jeden Stream von ihm reingezogen. Jede Story, jede Telegram-Nachricht. Okay, in letzter Zeit nicht mehr allzu viel, aber wir haben ja das meiste mitgekriegt. Und was sagt er denn, was so gefährlich ist für die Elite oder für die Industrie oder für die Hintermänner, die es da gibt? Ich verstehe es einfach nicht. Redet er sich das selbst ein, damit er das Gefühl hat, er ist so eine Art Held oder ein Snowden oder Assange. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auch vorhin das mit Russland, dass sie ihm Zuflucht gewähren sollen, als wäre er so eine Art Whistleblower. Aber was weiß er denn? Was blaut er denn da? Es schauen dem, was ich bin, zu viel zu, ohne dem, dass ich denen gehöre. Und das ist nicht gut für sie. Und deswegen versuchen sie mit ganzer Macht so das zu erdrücken. Ich grüße euch. Coach Frankie, mein Bauler, ist auch hier. Mann, Mann, der Durchschnitt. Ich küsse deine Seele, Prinzessin, Alter. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, dass wir jeden Abend auf La Hlulis in Stream sitzen, auf Kick. Julius Zeus, Z-E-U-S und Julius. Und dort sind wir nichts Schlimmes am Tun. Wir sitzen und rauchen La Hlulis. Wirklich, mehr nicht Pro. Wir rauchen La Hlulis und wir reden über manche Sachen. So, es bedeutet 369, was ist das, dies, das. Ein paar Namen werden da gedroppt. Und immerhin sie gedroppt werden, sage ich bitte, hör auf mit der Scheiße, ich bin deren Vater, ich will das nicht mehr hören. Und so, mit der Zeit wird es eine lustige, familiäre Angelegenheit dort. Und Stream zu Stream gibt es jeden Stream, was legendär ist. Was passiert, was noch nie passiert ist. So, ich liebe dich, Prinzessin, Alter. Und ein Stream ist das irgendwie ein Spitzel, der da ist von Hotel. Zweiter Stream ist Verhaftung, dritter Stream ist Verhaftung in Italien. Vierter Stream ist dann der andere Random, der in deinem Stream dabei ist, die La Hlulis bringt und was macht er eigentlich hier und wieso ist das so cringe. Und so Sachen, wir gehen tanken. Ich liebe euch, Jungs, Alter. Ich bin ja gleich fertig, 15 Minuten. Ich wollte eigentlich mitkommen, Mann, ja. Warte, warte, lieber. Fünf bis zehn Minuten, gehen wir zusammen. Aber sind hier viele Tschüchuchs und so? Nein, 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 hier ist der in Lost-Degend, ne? Area 51, das ist nicht. Fifth-Done. Fifth-Done, ja, der Fifth-Done. Und das Geile ist auch jetzt zum Beispiel, der, der mich auch immer wieder fängt, bin auch nur ich. Zum Beispiel, die Jungs hier, boah, das hat wehgetan. Hier sind sind irgendwo auch Jungs, die mit meinem Content aufgewachsen sind. Und wir haben zusammengechillt in Streams wie damals. Jetzt wissen die, was abgeht und ich sage, ey, Bro, Alter, Hotels werden gelegt. Wo ist die Wohnung, Alter? Und sagen, ah, Bruder, ich habe einen, ich bin jetzt ein Phantom, Bro. Okay, das erklärt jetzt auch, warum hinten die Fans dazu sind, damit man von draußen nicht erkennt, wo er sich befindet. Und würden die Leute Zugriff auf seine, keine Ahnung, E-Mail haben oder auf irgendwelche anderen Sachen, könnten an seine IP rankommen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, könnten die auch herausfinden, wo er sich befindet. Aber in einer Privatwohnung, die auch noch abgedeckt ist, da kann er zum ersten Mal nach langer Zeit entspannen. Und zu der Aussage von ihm, wo er meinte, bei ihm gibt es immer was Neues, hat er vollkommen recht. Er war damals schon eine Ikone auf seine Art und Weise, auch massiv im positiven Sinne gesehen, mit dem Keller etc. Und auch jetzt, komischerweise, passieren bei ihm ständig Sachen, die ich so noch nie erlebt habe. Man, natürlich habe ich ein Setup. Hey, der Durchschnitt, ich grüße dein Herz. Natürlich habe ich ein Setup. Wir sitzen dann in den Streams, labern halt genau diese Scheiße und es ist sehr lustig und cool. Und dabei dürfen wir 10.000 Euro am Tag verbrennen. Warum nicht? Und die auch, wenn ich nicht dumm bin, für uns abheben. Ein Drittel ist der da, so auf den. Und das mögen die nicht, weil nebenbei mache ich eigentlich nur Musik. Und die läuft auch sehr krass, Bro. Und meine Scheiß-Musik-Accounts sind auf diesen Handys. Wieso ich meine Musik nicht hochladen kann? Zum Beispiel, verstehst du? Das war das, das, dieser Musik-Dick. Warum? Zoe, Mann! Ich küsse dein Herz, Prinzessin, Alter. Mann! Mein Musik-Account ist weg. Es gibt jetzt ein Problem für die Industrie. Also, ich kann mich irgendwie da irgendwann einloggen, aber jetzt nicht. Und ich wollte viele Sachen hochladen, versteht ihr? Und das ist nicht gut, man. Nur diese Mucke fackt mich ab, Bro. Weil ich will nur Mucke machen und streamen, mein Ding machen. Es entsteht viel Content. Der Content gehört meinen Zuschauern. Ich habe eh keine Social-Media-Accounts und ich werde niemals sagen, welcher Account meiner ist. Weil ich mag es nicht, das zu tun, was jeder tut. In einer Welt, wo jeder Abonnent, der will, ist keine zu haben, eigentlich das Krasseste. Und wenn sie eh dich töten wollen und die Lösung es ist, keine zu haben und trotzdem da zu sein, ist schon sehr krass, Bro. Ist sehr drippy. Sehr drippiger Drip. Und dann entsteht so ein Arbeitsmarkt. Dann sagen sehr viele, ich bin Zeus, ich bin Zeus, ich bin Zeus. Weil auch von diesen 20.000 Leuten, die dir zuschauen, feiern dann sehr, was du tust und wollen deine Message verbreiten. Machen daraus Content und heutzutage verdient man mit diesem Content viel Geld auf YouTube und TikTok. Nur mit dem Content. Und die gehen sogar noch live, Bro. Der Durchschnitt, Prinzessin Junge, was machst du, Alter? Küsst deine Seele, man. Man! Und diese Leute werden dann irgendwie Verbreiter deiner Botschaft. Und viele von denen entstehen dann. Weil ja auch eine Nachfrage existiert. Wo ist der jetzt plötzlich mit 10 Milliarden Abonnenten? Ich werde mit jedem Cent, der hier reinkam, eine noch viel krassere Qualität für die ganze Scheiße machen. Viel krassere. Ich danke euch von ganzer Seele. Auf jeden Fall, diese Leute, die dann entstehen, haben dann trotzdem hunderte Tausende Abonnenten. Und alle sehen sie auf For You. Überall. Das heißt, aus der Scheiße, die passiert ist, macht man wieder Gold, Mann. Aber man will kein Gold machen. Man macht sein Ding. Verstehst du? Aber wenn man dich nicht lässt und immer wieder anfasst und du kommst zurück und erzählst das dann immer wieder, wird die Geschichte, was du bist, ja immer dicker und fetter, wenn du nicht stirbst. Weißt du, was ich meine? Also ist die Frage jetzt, wer ist am Gewinnen, denkt ihr? Die oder was? Nein, Bro. Die machen die Story nur charmanter. Warum tun die das? Ich war schon mit weniger glücklich, Mann. Warum muss ich die ganze Wahrheit leaken, Jungs? Mann. Mann, jetzt müssen die erfahren, dass ich Conan der Baba bin. So ein Elfjähriger hatte mir hier im Chat geschrieben, red bitte nochmal. Bro, wenn da hier hinten so ein Knie für vier Stunden gewesen wäre und ein Adamsapfel wäre so am Asphalt und irgendwann hättest du dich gefragt, ach so, ich glaube, der Zwischenraum zwischen meiner Wange und dem Fleisch löst sich auf und das, was sich auf diesen Beton schmiert, ist so Knochen vom Wange. Und du denkst dir, wann wird das endlich angenehm? Weil du zu lange das ja machst, frag ich mich, das, was mir weh tut, wenn es zu lange passiert, wann fängt es an, weniger weh zu tun? Wie beim Dehnen. Wenn ich im Spagat bin, tut das ja sehr weh und das übe. Wann hört es auf, dass es weh tut? So einer bin ich. Ich bin nicht. Hörst du zu weh? Wann hört es auf, dass es weh tut? Nachdem ich meinen Spagat kam. Ich frag mich nur das und stelle so, du holst rum wie ein Gandon, weil du kein, ich weiß nicht, was du bist. Ich will das auch nicht wissen. Naja, habe ich schon erwähnt, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Es ist sehr, sehr schwer, diesmal mitzukommen. Sehr, sehr schwer. Zu verstehen, worum es überhaupt geht. Und darauf möchte ich pissen. Dann kommen sehr oft solche Videos, wo ich drauf pisse. Kahn, Dankeschön. Macht die 300,000 Likes voll. Und Leute, ich wollte mich von Herzen bei jedem bedanken. Die Jungs warten hier und wollen mit mir was zum Trinken holen. Und ich hab seit 46 Stunden, seit dem letzten Steak, wo wir live zusammen, also ich esse ja auch immer mit euch. Darum nutzen sie das aus, versteht ihr? Wir nutzen halt die ganze Scheiße aus. Die wissen, dass ich euch immer mitnehme, wo ich bin, wenn ich esse, wenn ich trainiere, weil ich möchte halt, am einfachsten ist, am einfachsten sieht man das dann so. Checkt ihr? So, wie man sich ernährt, wie man isst, wie ist das, wenn wir so wie Kollegen sind und ich möchte meine Kollegen mitnehmen, dann komme ich halt einfach so auf den Parches live und dann passiert irgendwas so. Und dann, wenn man diese Orte leaken kann und alles mögliche und genau das ausnutzt, dass ich einfach mit meiner Community chillen will und will, dass ich damit aufhöre, heißt das ja natürlich für mich, oh nein, bitte hör auf, das funktioniert so gut, so sterben wir alle. Und ich werde geil. Ich kriege einen Steifen und der ist dann nicht mehr zu verstecken, Bro. Manchmal kommt ein unkontrolliertes Ejakulieren, weil ich das monatelang nicht tue in deinem Face. Und dann kommt sehr viel Geld, Mann. Verstehst du? Und dieses Geld wiederum brauche ich nicht. Ich bin der Einzige, den du jemals kanntest, der sich einfach einen trippigen Joint baut, TikTok-sportlich. Und hinterher lauft eine Runde von 100er Spin mit 6 Euro und das wirklich kein feuchten Nutten. Und das ist so, Bro. 100 Mal in Stream. Nicht, weil ich das brauche, weil ich so chille. Ich weiß dann, ich kriege den Geld, weil er alles drauf gejagt ist. Und dieses Casino gibt mir das, damit ihr versteht, ihr denkt, die sind nett. Die geben mir das wahrscheinlich in ihrem Geiste so, dass sie denken, ja, die Vorgeschichte, die er hat, abgestürzt vermutlich, aber hat noch Reichweite, weil er ist eine fragwürdige Person. Komm, wir machen jetzt mit dem diesen Stream-Ding, geben in 5K erstes Casino, 5K zweites, 6 Casinos in der Woche, also 6 Mal Stream. Heißt, wie viel kriegt er mal 5K, Minimum so viel? Und das mal 4 ist schon viel Geld. Aber er kann das nur auszahlen, wenn es dreimal dreht. Und er wird mit seiner Psyche das wahrscheinlich niemals schaffen. Nehmen einfach mit kurz und nach ein, zwei Monaten ripen wir drauf. So auf der INC-RK weiß ich, dass die das gegeben haben. Und ich mache daraus wirklich eine krasse Unterhaltung. Und in der Zeit des Casino-Geschehens gab es sowas noch. Und jetzt schon merkt man am ersten Tag 50 Registrierungen, die eingezahlt haben, die von mir kommen, weil sie die 369-Technik gucken wollen da. Wir spielen nicht wie dieses Geld, wir spielen, um zu chillen, Mann. Er gibt gerade allen Ernstes damit an, dass er 50 Leute dazu gebracht hat, über diese Casino-Seite, wo er spielt, zu spielen, dass sie sich da registrieren und im schlimmsten Fall sogar all ihr Hab und Gut, was nicht wirklich viel sein muss, zu verlieren. Ihr wisst schon, dass es Menschen gibt, dokumentierterweise, die aufgrund von Casino-Sucht und der Tatsache, dass sie alles verspielt haben, Haus und Hasse nicht gesehen, Autohaus, alles, sich das Leben genommen haben. Mehrere Kinder hinterlassen, eine Witwe, Familienmitglieder, die trauern, das kommt dabei raus. Und er erzählt das voller Stolz, als hätte er gerade, keine Ahnung, zwischen Menschenleben gerettet. Wir machen aus etwas, was nicht echt ist, echt, weil alles, was echt ist, mal nicht echt war. Weil nur ein Traum, der unecht war, eine Fantasie, die etwas möchte, erreicht die Realität. Das heißt, ist es die Vorgabe dafür, dass etwas, was echt ist, mal nicht echt war? Ja, natürlich. Wie kommt es sonst in dieser Welt? Dein Gedanke, der nicht echt ist, wird ja zu deiner Tat in deiner Hand, die irgendwann echt macht. In der Mutter Natur, die dann feminin ist und du bist maskulin. Hast du dein Koitus mit der Natur? In gewissem Maße schon. Also spritz dich lieber bei der Natur an. Und das ist so, wie ich lebe. Verstehen Sie Deutsch? Soll ich das auch poetolikanisch sagen? Bin maskulin. Sehr stark. Ja, das ist es. Also ich bin einfach so, mein Sternzeichen ist maskulin. Mein Glaubensweg ist maskulin. Ist nicht live. Hansi, Pani, du bist nicht maskulin, Mann. Du bist Gandon. Nein, ich bin echt, Mann. Ich bin nicht echt. Geh raus, Mann. Raus hier. Raus hier sofort. Jungs, der Bastard lebt noch nach Antiterrororganisationsgruppen Arschfix. Mann, was sollen wir als nächstes tun? Wie können wir NATO rufen? Wie können wir NATO rufen, Mann? Leute, wie können wir NATO rufen? Der Mann ist noch nicht tot. Wie geht das, Mann? Wie geht das? Wem rufen wir als nächstes? Nein, er ist zu mächtig, Mann. Er ist zu mächtig. Er ist zu mächtig, Mann. Wisst ihr, wen die Leute als nächstes rufen? Zeig euch kurz. Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das E-Team. Stellt euch mal vor, Haidit N, das wäre geil. Nein, das ist nicht mehr möglich, Bro. Das ist SEK, NATO, der Antiterror. Jeden Tag Kontakt von mir und ihnen. Wisst ihr, was gefährlich ist eigentlich, Mann? Gefährlich ist, dass so ein Psycho wie ich es lernt, damit umzugehen und jeden Tag Kontakt hat mit denen und diesen Schleckereinen und diesen... Wisst ihr, was das aus mir dann macht? Einen noch krasseren Gondon, der noch schlimmer wird. Und ich liebe das, Mann, bitte hört damit niemals auf, Jungs. Weil hinter dieser Terroreinheit gibt es nicht mehr so viel, Mann. Und ich weiß schon, wie ich mit jedem zu reden habe, wo die Netten sind, wo die Gondons sind, wo die sind, die dich töten können. Und das ist geil, Mann. Ich kam da rein raus, rein raus, rein raus und du? Nein, Mann. Nein. Ich denke mir dabei nur, boah, wie erzähle ich das jetzt in Stream? Wie krass wird das, Digga? Wie heftig ist diese Story, Mann? Das ist das Erschreckende an der Sache. Deswegen gibt es auch Leute, die die Theorie aufgestellt haben, dass vieles davon einfach erfunden ist. Dass das gar nicht stimmt hier mit Terroreinheit oder dass es nicht so krass ablief, wie er hier behauptet. Wir haben ja auch gesehen, in Österreich, als er in Villach war, meinte er, 30 Sondereinsatzkommando-Leute hätten die Bude gestürmt. Dabei waren es einfach drei ganz normale Polizisten, die rein spaziert sind, mit ihm geredet haben und dann wieder weg waren. Von daher, immer mit Vorsicht genießen. Wenn ich nur Reporter bin und jetzt nicht zweitament, sondern Peter Parker, bin ich doch nur ein süßer Kameraprin. Mann, ich will nur meine Story erzählen. I'm just live. I'm just live, man. Und ich bin so, ich bin da drin und denke so, ja, wie erzähle ich das? Oder denkst du wirklich, dass ich mir das gesehen habe und dachte, ich werde sterben? Nein, Mann, ich dachte, eine Million Klicks, zwei, drei, fünf Millionen Euro. Balea, neues Haus. Mann, ich brauche kein Haus, ich brauche nur ein Boot. Versteht ihr jetzt, wie soll ich ein Boot brauche? Zoe, ich liebe dich, Prinzessin, Mann. Leute, was geht hier ab? Dankeschön. Danke, Leute. Dankeschön. Also, denkt nicht, dass ich da so in angeschissenen Ripp war. Leute, Debattenraum, Alter. Ich liebe dich, mein Baller. Top-1-Baller des Planeten. Plus wurde geklaut, sein Vater. Zoe natürlich auch schon längst den Plus geklaut, aber nicht wegen dem Plus. Ihr habt mich quasi aus der Scheiße geholfen, Jungs, muss man ehrlich sagen. Also, ich war nicht in der Scheiße und es ist krass, Teil dieser Geschichte jetzt zu sein, denke ich, wirklich. Und wenn wir hier zusammenstehen heute ist es krass. das heißt, ihr habt so mit mir dieses Buch geschrieben und das fände ich krass. Wüsste ich mal? Zwischen diesen ganzen vielen Gandons hätte sich niemals jemand getraut, so viel Geld in die Hand zu nehmen wie ihr und daraus so etwas Unnötiges in ihren Augen zu tun, wie ihr gerade getan habt. Aber die wissen gar nicht, was gerade passiert, Bro. Es ist sehr krass, Bro. Wir investieren hier gerade quasi in die heftigste Geschichte, die die Menschheit je gehört hat. Eigentlich müsste man sein Leben wirklich verfilmen, wenn man überlegt, was da bis jetzt alles passiert ist. Aber ich meine jetzt so diese aus seiner Sicht gesehen Geschichte muss man verfilmen mit diesen 20-fach übertriebenen. Ich glaube, das könnte ein richtig heftiges Ding werden. Der Aufstieg und Fall des Mois. Er kam von nichts, hatte dann alles und ging wieder zum Nichts, hatte dann wieder, zumindest materiell gesehen, das Finanzielle und hat dann den kompletten Absturz geholt, weil er immer nur kurzfristig denkt und nicht auf langer Sicht. Leider. Und es ist noch viel krasser, weil es gibt hinter dem hier nicht mehr so viel. Es gibt Maximum noch so NATO. Das war's. Und ich sage dir ehrlich, die hatten alle Angst. Das passiert ja nicht, weil sie keine Angst haben. Die haben Angst vor dem, was wir sind. Vor dem normalen dem, was wir sind. Vor unserer natürlichen, existiven, habitatischen Existenz, Mann. Vor unserer DNA, die immer einfach beim Pferderennen Platz 1 war. Und ihre Mütter haben Geld bezahlt, damit wir mit denen Kinder machen, weil ihr Pferd dann auch auf die Ein-Charte. Ja, Mann. In dem Sinne, war das ein gutes Abschlusswort. Leute, ich liebe euch. Wir haben 176.000 Diamante gemacht und 833 neue Follower. Und die größten Ehrenmenschen dieses Planeten haben all meine Probleme gelöst. 51 Minuten. Und das Schlimmste ist, das waren gar keine Probleme. Das waren, wow, wie krass wird das? Was mache ich wohl draus? Und das ist passiert. Obwohl ich nur die Briefe vorlesen, Leute. Und davor muss ich ehrlich zugeben, ich habe gesagt, ohne euch rauche ich kein Lahluli. Das war alles Lahluli. So ein fetter Lahluli von so einem Schabab, der aus der Hut kam, der mir ihn gedreht hat mit Liebe. Aus der Lahluli habe ich diese Welt hier gedrippt. Und ich weiß gar nicht, wie viele 200.000 Diamante sind, aber ich glaube, das sind über 2.000 Euro, Jungs. In dem Sinne, so hat sich jeder ins Knie drippt. Liebe euch. Debattenraum. Mein Baller, ich liebe dich, Mann. Ich liebe euch alle, wie man nur lieben kann. Sonst hier schaue ich nichts, zählen kann. Nein, nicht, Bro. Es wird alles gut. Naja, Fanliebe ist ja gar nicht so schlimm. Aber was ich hier wirklich vermisse, ist dieses vielleicht mal ein wenig an seine Kinder denken. Ach egal, scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Lass mal diese Filme. So viel zu diesem Stream von ihm. Absolut crazy. Was ich auch noch crazy finde, ist die Leute, die ihm Unterschlupf bieten, was die sich dabei denken. Nicht, dass er da wieder verarscht wird, wie auch bei diesem Hotel, wo einfach so ein Hotelmitarbeiter als Spitzel dort am Start war und sich als jemand ausgab, der auf der anderen Seite die Präsidentensuite angeblich hat. Also ganz, ganz komisches Zeug, was da passiert um ihn herum. Irgendwo kann ich es nachvollziehen, dass er diesen Illuminaten-Scheiß da glaubt, weil es ist schon sehr heftig, was da passiert. Aber auf der anderen Seite, was weiß er? Er weiß nichts. Er tut aber halt immer so auf Ja, Andrew Tate. Ist auch egal. Naja, so viel zu dem neuesten Update zu Mois. Wir bringen uns noch ganz kurz Telegram-technisch auf den neuesten Stand. Morgen ohne Sorgen, Digga. Ich habe die letzten Tage überhaupt nicht geschlafen. Auch nach dem Einsatz alles. Deswegen einmal erschlafen musste sein. Wir sind ausgestorfen, meine Kollegen. Mann, jetzt schon wieder diesen Drecks-Laptop holen, Alter. Ballett. Film beginnt von Neujung. Mann, der Arschfick ist, dass mein PayPal nicht auf diesem Handy ist. Das heißt, ich kann nicht so kurz auf TikTok Taube verdienen und sofort auszahlen. Das ist Arschfick. Zweiter Arschfick ist Revolut, Digga. Habe ich auch keins, komme ich nicht rein. Mann. Dritter Arschfick, wieder neues Zimmer heute nehmen. Vierter Arschfick, Laptop besorgen. Und Lahluli besorgen. Lahluli habe ich schon besorgen. Mann. Alter, heute haben wir nicht mehr so viele Probleme. Aber ich muss, ich muss eine Frisur holen irgendwann. Ballett. Aber wir haben Lahlulis. Und wir haben den PC, der schon funktioniert. Langsam, langsam geht es weiter. So, Freunde, wir haben unglaubliche Streams gehabt auf TikTok. Ich liebe euch. Ich danke euch. Guten Morgen, ich habe mich erinnert, dass ich in Kärnten bei einem Shebab einen Koffer gelassen habe. Und da drin war mein zweites Handy und da bin ich in iCloud und Revolut und PayPal eingeloggt, Digga. Und das wäre auf jeden Fall ein Group, Digga. Jetzt werde ich, glaube ich, dahin fliegen und den Brede suchen. Problem ist, ich habe seine Nummer nicht mehr, weil meine Handys beschleunigt wurden. Vielleicht ist er ja in dieser Gruppe und hört, wenn ja, dann schreib auf meine neuen Instagram-Accounts. Lahlulius Zeus. Guten Morgen, Lahlul. Guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, sie haben alle gut geschlafen. Leute, es tut mir leid, dass ich ein bisschen unaktiver hier drin war, aber wir haben rüppige Streams vorproduziert. Ich schicke sie euch jetzt gleich rein, okay? Auf jeden Fall, ich habe genug Lahlulius getankt. Die Strategie mit Laptop von denen, den ich kennen nehme, ist auch gut. Klappt auch. Jetzt muss ich nur noch mein erstes Handy finden. Da drauf ist Revolut, Digga. Und mein PayPal. Und meine andere Wallet. und jedes Account euch eingeloggt wird. Gleich kommt auch so ein Video, was ich zuerst gerade schneide, so als Video für Telegram. So ein YouTube-Video, aber für Telegram. Die werde ich ab jetzt immer in Telegram-Person. und das reicht nicht. Das ist das Video quasi, wo ich direkt nach der Verhaftung rauskomme, den Tatort zeige, wie ich 80 Euro ab das Handy kaufe, wie ich da rauskomme. Also voll interessantes Video aus Bratislava. Und dann seht ihr auch, bis in Bratislava, die blauen Flecken, alles Mögliche. Riecht kranker drüber. Und ich werde die Videos quasi immer machen und hier in Telegram posten, aber so als YouTube-Video-Format und ihr könnt raus machen, was ihr wollt. Naja, jetzt sind wir up to date, was Lachlulius Cäsar Zeus angeht. Keine Ahnung, Bruder. Ich bin einfach nur noch sprachlos. Und ja, schade drum, dass ihm das alles widerfährt, aber auf der anderen Seite sein Benehmen sorgt nicht gerade dafür, dass die Leute sich denken, boah, den lassen wir jetzt in Ruhe. Der hat Einsicht gezeigt. Ich finde beides verwerflich, aber würde mal sagen, in dem Sinne, wir haben jetzt schon spät. Ich gehe schlafen. Ich denke mal, ihr habt noch ein, zwei Stunden schon Zeit. Passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf. Bis dann und ciao!